Das ist Arthur Schreiber, zweifacher Finalist bei Ninja Warrior, zweifacher Finalist bei Allstars, extrem schnell und effektiv und ich habe ihm nach Tipps gefragt vor meiner Ninja Warrior Teilnahme. Man sollte auf jeden Fall regelmäßig trainieren gehen, weil das ist gerade für die Hände am Anfang sehr wichtig. Was viele auch unterschätzen oder vergessen, würde ich sagen, ist auch die mentale Stärke. Er hat noch sehr vieles gesagt und wie ich das umgesetzt habe, seht ihr jetzt im neuen Video.